In diesem Video geht es um die besten PS4-Headsets. Der Qualitätssieger in unserem PS4-Headset-Test geht an das HyperX Cloud 2. HyperX Cloud 2 besitzt eine überarbeitete Audio-Steuerbox, die auch als USB-Soundkarte dient. Sie verstärkt das Audio- und Stimmsignal für ein perfektes HiFi-Spielerlebnis, bei dem Sie hören, was Ihnen bisher entgangen ist. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Details, die andere Spieler nie kennenlernen werden, hören Sie das Stiefelraschen eines lauernden Spielers, ein Scheppern in einem entfernten Lüftungsschacht. Mit der unabhängigen Lautstärkeregelung für Audio und Mikrofon können Sie nicht nur die Sound-Lautstärke anpassen, sondern auch den Mikrofonpegel regeln, mühelos 7.1 Surround Sound aktivieren oder das Mikrofon ein- und ausschalten. Dieses Headset der nächsten Generation erzeugt virtuellen 7.1 Surround Sound mit einer Räumlichkeit und Tiefe, die Ihr Spiel-, Film- oder Musikerlebnis vollkommen machen. Orten Sie Ihre Gegner im Spiel und schlagen Sie blitzschnell zu. Dank reinem Hardware-Flug & Play ist dafür nicht mal eine Treiberinstallation nötig. HyperX Cloud 2 verfügt über ein digital verbessertes Mikrofon mit Rauschunterdrückung sowie automatischer Pegelsteuerung und Hallunterdrückung durch die USB-Soundkarte. Das Ergebnis ist eine klarere Stimmenwiedergabe mit weniger Hintergrundgeräuschen. Dabei wird die Stimme automatisch verstärkt, wenn der Spielsound lauter wird, damit Sie auch in intensiven Kämpfen mühelos mit Ihrem Team sprechen können. HyperX Cloud 2 ist von Teamspeak zertifiziert und für Skype und andere führende Chatprogramme optimiert. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Razer Kraken X, von Hause aus so leicht, dass es praktisch gar nicht beim Tragen zu spüren ist. Dank 7.1 Surround Sound Software wird präziser positionsabhängiger Gaming Sound geliefert. Man erkennt sofort die Richtung, in der gekämpft wird und kann mitten ins Gefecht stürzen. Dank seiner individuell abgestimmten 40 mm Treiber sorgt das Razer Kraken X für einen klaren, ausgewogenen Sound, von donnernden Explosionen mitten im Krieg bis hin zu fast lautlosen Schritten bei Schleichmissionen. Das flexible und biegsame Mikrofon setzt auf kardioide Aufnahme und nimmt den Ton nur in der Nähe des Mundes auf. So ist die übertragene Stimme klar zu verstehen, während Hintergrundgeräusche von hinten und den Seiten unterdrückt werden. Perfekter Komfort und Schallisolierung für jeden Gaming Marathon. Dank seiner individuell abgestimmten 40 mm Treiber sorgt das Razer Kraken X für einen klaren, ausgewogenen Sound, von donnernden Explosionen mitten im Krieg bis hin zu fast lautlosen Schritten bei Schleichmissionen. Das Razer Kraken X ist kompatibel zu PC, Mac, Xbox One, PS4, Nintendo Switch und mobilen Geräten mit 3,5 mm Audioanschluss. Der Preis-Leistung-Sieger in dem PS4-Headset-Test ist das PS4-Stereo-Gaming-Headset. Inline-Lautstärke-Regelung für gleichzeitiges Chatten und Spielen-Klang-Einstellung Inline-Mikrofon- und Mikrofon-Stummschaltung möglich Weiche Mesh-Orpholster sorgen für Tragekomfort und reduzieren Umgebungsgeräusche Vollständig verstellbares Kopfband, 1,2 m Kabel mit 3,5 mm Klinke-Anschlusskabel, 40 mm Lautsprecher-Treiber-Abnehmbares Mikrofon. Das Stereo-Gaming-Headset ist ideal für jeden Spieler und voll kompatibel mit der PlayStation 4. Die Inline-Lautstärke-Regelung macht es einfacher denn je, den Chat- und Game-Ton zu überwachen und anzupassen. Enthält Inline-Mikrofon mit Mikrofon-Stummschaltung. Entfernen Sie Ihr Mikrofon, um Ihre Lieblingsmusik zu hören. Die weichen Mesh-Orpholster und der verstellbare Kopfhügel bieten ultimativen Komfort beim Spielen. Die Einrichtung ist schnell und einfach stecken Sie einfach den 3,5 mm Stecker in den Klinken-Anschluss Ihres DualShock 4 Wireless Controllers. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.